Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu HowFuckingYeah. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Codec rum experimentiert, also nicht wundern, falls irgendwie was anders aussieht, als es aussehen sollte. Ja, so viel dazu. Und wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, als kleine Info, während ich hier ein bisschen rumfahre, ab hier wird das LP als Blind getaggt, also ab jetzt ist es ein Blind LP. Nur so als Info. Quack, quack a lot. Also, es ist noch nicht komplett blind, also es gibt noch eine Stelle, bis wohin ich spielen kann, wo ich es noch kenne, aber wahrscheinlich werden wir die schon in diesem Part erreichen. Okay, nochmal kurz die Zeit gestoppt. Hey, hey, du. Was? Mach schnell, ich hab's eulich. Nimm mich mit, alles voll mit Deppen hier. Sei mein Held, ich folge dir überall hin. Ganz bestimmt, ich zisch ab. Enten bringen immer Probleme. Ja, wir wissen ja, wie es zu dieser ganzen Schlamassel hier kam. Und jetzt verfolgt mich diese Ente hier. Ah, toller Scheiß. Erstmal die Teilchen abknallen. Und die Teilchen auch abknallen. Warum nicht? Wow. Das nenn ich mal Moneten. Also das war grad viel Geld. Mö, mö. Jetzt land's aber. Lass das, hör auf mir zu folgen. Hör sofort auf. Quack, 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 quack. Ähm, ja, seltsam. Geld ausgeben mit X. Zum Spielen X drücken. Und gewinnen wir was, gewinnen wir was, gewinnen wir was. Ja, wir haben was gewonnen. Äh, ja, lass mir das. Ähm. Äh, ja. Was? Kann ich die Teilchen irgendwie mit, äh, diesem Aufladetang. Ah, okay. Mit diesem Aufladeschuss kann man die kaputt kriegen. Und weiter aufladen. Ein bisschen öde grad. Hey, wir wurden hier gar nicht geheilt. Böde, Dickbusin. Krankenschwester. Krankenschwestern. Ich hab's heute auch mit der Gamante. Ähm. Wohin müssen wir überhaupt? Nur so als, äh, kleine Nebeninfo. Ah, da. Aber zuerst erledigen wir mal die Muku. Und wir haben ein Kreu... Äh. Wir haben eine Ziellinie bei dem Raketenwerfer. Oh, wenigstens etwas. Ähm. Wie können wir wechseln? Hier können wir wechseln. Ach, wo ist die? Irgendwie verstört mich dieser Gegner. Nur so ganz minimal. Und ich glaub, bei ihm brauchen wir was Schnelleres. Oh, ist fast tot. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Irgendwie war das ein seltsamer Gegner. Ja. Jetzt merkt ihr schon, es wird um einiges schneller. Also ich hätte grad fast verfehlt. Äh... Lecker. Wer kann ich dazu auch nicht sagen. Irgendwie fehlt grad die Musik. Ne? Egal. Dann halt ohne Musik. Warum auch immer hier grad Musik fehlt. Nach da oben. Genau. Und hier ein bisschen Geld einsammeln. Kommen wir da schon durch? Ja, kommen wir. An den hier zum Beispiel erinnere ich mich nicht. Also wir sind schon bei der Blindstelle angekommen. Oh. Fuck. Falsche Waffe. Naja, die benutze ich hier nicht. Ah. Da verdienen diese Teil, damit man nicht weg... Ah, diese Haze machen ja... Aua, Aua. Naja. Womit... Äh... What the... Oh. Ich bin tot. Ihhh... Gut zu wissen. Hm. Was ist so... Ich bin grad verwirrt, wo ich bin. Ich... Ich verstehe es hier nicht. Also... Desorientierung ist hier... Oh... Ganz oben. Hm. Also ich... Glaube... Ich muss da runter. Glauben ist gut, wissen es besser. Wie heißt das so schön? Okay. Wir haben... Hat sich das hier nicht abgespeichert? Gut zu wissen. Aber das Geld hole ich nicht nochmal. Und jetzt hole ich eine andere Waffe. Gatling. Und der Gatling sollte es klappen. Oh man, diese... Hippie nervt. Und die Ente auch. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hör auf, Körperkontakt zu suchen. Ich hab keine Lust auf Körperkontakt. Verstehst du? Nix kuscheln. Nix, nix kuscheln. Komm her. Komm her. Und jetzt stirb. Oh, scheiße. Ich hab mich verklickt. Und natürlich muss ich dann sterben. Ah. Und dass wir auch hier unten starten. Und starte irgendwo weiter... Unten. Also, hier oben starten. Start weiter unten. Oh man. Meine Orientierung lässt bei dieser Welt echt nach. Ah. Flying Hands. Was steht da? Never trust a flying hand. Verstanden? Das ist ein super Tipp. Never trust a flying hand. Und wo ist die flying hand? Ah. Damit kriegt man ihn doch schnell tot. Y. B. Ah, Mist. Ich klicke immer auf den rechten Trigger statt auf die Taste. Und. Y. B. Diesmal nicht den Trigger. Und A. Und somit haben wir den Kerl auch erledigt. So einfach geht Kung Fu. Einfach. Wenn euch jemand auf der Straße blöd kommt. A, B und rechts. Button klicken. Und schon ist der K.O. Immer wieder gut. Entweder ist der K.O. vor Lachen oder. Ihr seid einfach. Was ist so? Guffelpuff. Willkommen. Bittiger Kuppi. Du schaust vielleicht aus. Okay, die Stimme ist scheiße. Äh, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Schmelzt du? Ich bin nicht dein Kumpel. Ich schmelze nicht. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dich fragen, was mit deinem Gesicht los ist. Ich mach dich alle, Kumpel. Au, au, au. Kommt der auch noch? Hier hin? Ich muss eigentlich nur den... Oh, warum wechsle ich immer auf diese scheiß Waffe? Ernsthaft? Die Granaten braucht niemand. Komm schon. Komm her. Komm her, Kleiner. Kann ich auch auf Einzelschuss umstellen? Nee, oder? Schade. Oh, diese Scheißente nervt. Die blockiert meinen Schussbahn. Komm schon. Was ist mit der Musik passiert? Wo ist die Musik hin? Uh, Monstercrack. Ich muss jetzt den Teil hier ausweichen. Sollte eigentlich noch leicht gehen. Aber ich hab schon Angst vor der erschwerten Version später. Okay, ich nehm's zurück mit. Sollte noch leicht gehen. Ah, obwohl. War leicht. Wie gesagt, jetzt wird's noch schöner. Der kehrt herum. Okay. Ja. Warum nicht? Da können wir durchdringen. Und was sind das für Tempel, Altare, whatever. Röste die verrückte Ente, bevor sie dein Hirn frittiert. Ich muss diese Ente rösten. Wo kann ich die denn? Ich hasse euch. Es ist zwar nicht so schwer. Ah. Aber dennoch. Auf Zeit nervig. Wo kann ich die Ente denn rösten? Ah, ich kann hier hoch und mir erstmal mein Leben foltern. Äh. Ist es noch ne Weltraumpassage da oben? Oder komm ich? Ich komm von hier. Ich bin zurückgelaufen, ich vollidiot. Wohin muss ich denn? Hm. Ich geh mal weiter runter. Ich bin grad wirklich verwirrt. Wohin das Spiel mich denn bringen mag. Bringen mag. Auch gut. Die Stelle kenne ich aber noch. Und wie ich sie kenne. Wie oft ich da gestorben bin. Es ist unglaublich, wie oft ich da gestorben bin. Und. Ja. Geschafft. Und hier sollte es genau mein Geschenk geben. Oh yeah. Was zum. Buchhalter. Okay. Machen wir mal eine zufällige Auswahl. Irgendwie alles langweilig. Wir sind wieder da angelackt, wo wir haben. Wir haben halt noch nicht genug, ähm, Gegenstände, um uns zu designen. Es gibt ja auch zwei DLCs zu viel, ich weiß, zu dem Spiel hier. Einmal mit zusätzlichen Levels. Und einmal mit, ähm, mehr zum, wie heißt das? Also das heißt Pimp My Rabbit. Da gibt es mehr Designmöglichkeiten. Genau, Designmöglichkeiten. Und hier, von hier sind wir ja dann wieder zurückgegangen. Hm. Wo kann man denn runter? Wir fehlen noch vier Gegner. Äh. Ich muss hier runter irgendwie. Ich geh mal kurz zurück. Ich glaub ich weiß schon, wo wir dahin kommen. Äh. Bug. Okay, das war grad ein Bug. Das Spiel ist auch recht verbuggt, so wie es mir scheint. Merkt man ja grad. Ah, genau. Warum hab ich das vorher nicht bemerkt? Ach. So geht's schnell. Wartet. Wartet. Hier. Und durch. Erneut aufladen. Und durch. Erneut aufladen. Und durch die Scheiße. Fuck you. Fuck you Spiel. Fuck you. Was zum. Ernsthaft. Fuck you Spiel. Und wir haben scheiße viel Geld, merke ich grad. Also stimmt ja, wir sind ja in diese Diamantengrube da gefallen. Und grad hat sich das Spiel einfach mal gedacht. Äh. Ich häng mich mal kurz auf. Also Standbild. Oh. Ich versuche erst gar nicht auf diesen Dingern da zu bleiben. Aber ich. Aber ich. Äh. Das wird schwer, um da durchzukommen. Ich hoffe, man muss überhaupt da durch, um nicht, äh, den gleichen Feld zu erleben wie einmal. Ihr wisst ja noch, wo ich, äh, mich durchgestanden hab und dann. Nö. Du hättest gar nicht hier durch müssen. Höhö. Wir sind so lustig. Wir schicken dich rum dabei. Musst du gar nicht da durch. Ähm. So. Was? Ich dachte, das Ding wär schon aufgetaucht. Man sah's doch. Anscheinend, wenn's so leicht durchsichtig ist, fällt man immer noch durch. Ja. Wenn's so leicht durchsichtig ist, fällt man immer noch durch. Hab ich grad nachgepült. Ohne, dass ihr's gemerkt habt. Ah. Ah. Njam, 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 njam. Nicht ausflippen. Nicht ausflippen. Nicht ausflippen. Nicht ausflippen. Aber ich flippe gerne aus. So. Jetzt aufladen. Wenn wir gleich nochmal sterben, beende ich den Bart. Okay. Jetzt vorsichtig. Ganz vorsichtig. Warten, bis die Teile wieder auftauchen. Zum Notfall, um draufhüpfen zu können. So. Jetzt muss ich hier warten, bis das Teil auftaucht. Nein! 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 Fuck! Ja. Wie gesagt. Auf Wiedersehen. Euer Sandoron. Und diese scheißnervige Ente, die meinen Schuss blockiert. Kann ich die ernsthaft nicht rösten? Schade. Na, egal. Auf Wiedersehen. Ihr könnt abschalten. Hallo. Auf X klicken. Weg, weg. Tschüss, tschüss. Was auch immer. Ihr könnt hier weiter die Seite anstarten. Von mir aus. Ich bin jetzt weg. Tschüss. Du bist ja einfach noch hier. Verschwende. Verschwende. Raus aus meinem Reich. Äh. Falscher Film. Böses Ding. Böses Ding. Folgt mich. Ah, okay. Ist weg. Hubbel. Wir sind ein Hubbel. Ah, okay. Ein Hubbel sieht man so schlecht. Puh. Hätte er billig gemacht. Ich sollte das Video beenden. Ja, sollte ich. Tschüss.